Also jetzt reiten wir das Ding. Scheiße, hier ist ein Pips-Automat, aber da kann ich jetzt ja keine Knolle ziehen. Warum nicht? Die gehen nicht, die Automaten. Ah, okay. Wo bist du überhaupt? Achso, ich blockiere die Tourette, weil ich dachte, jetzt wollen bestimmt alle in die Tourette, wenn das Ding losfliegt. Sind hier andere Dudes? Ich habe keine Ahnung, aber es wollen doch bestimmt Dudes mitfliegen, oder? Okay, joggert schon wieder einer gleich durch die Wand. Such dir auch eine Tourette. Eine in der Nähe. Was ist das hier? Was guckt ihr euch an? Nur ein Gemüsepuffer. Was ist das denn eine Tourette? Oh, da hält mir keiner im Vortrag. Aber ich kann die benutzen. Ich glaube, da wo du jetzt bist, benutze die Tourette. Dann sehen wir uns gleich. Du musst dich nur drehen, dann siehst du mich. Ich bin in der Tourette. Oh, du bist sogar direkt parallel. Wo bist du denn? Ahoy. Ah, ich sehe dich. Du musst noch weiter drehen. Ich kann aber nicht. Hallo. Ich kann nicht raus. Ich kann die Tourette nur jiggeln. Ich kann die noch nicht tun. Power off. Ne, passiert nicht. Ne, das macht nur... Das ist ja wild, wie wir das Schiff hier sabotieren können. Siehst du so ganz viele kleine blaue Teile? Ja, diese Satellitenpumpe da. Ja, was ist das? Was soll das? Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Drück mal B. B? Staggert. Ja. Boah, da ist ein kleines Pimmelschiff da. Hm. Nice. Boah, ich kann da... Ich kann da keiner reindrücken. Ja, das wäre unterhaltsam. Wir müssen raus. Ach, ich würde sagen, das ist kein Error, oder? Doch, wir gehen in den Knast, wenn wir es jetzt nicht machen. Ich will eigentlich auch drin bleiben, ne? Ich riskiere es einfach. Echt? Egal, ich gehe wieder in die Tourede. Hast du das gehört? Ja. Militärischer Lockdown. Okay, wir werden also verhaftet. Stand down. Ah. Was? Stand down? Security has been dispatched. Also, sie schicken jetzt die Leute durch. Oh, ich will nicht in den Knast. Nee, jetzt ist es zu spät. Aber im Moment sind wir zusammen im Knast. Und man verliert seine Rüstung nicht. Äh, äh. Guck mal, Feuerwerk. Ja. Fliegen wir jetzt einfach mit? Was? Jetzt haben wir ein Crimestead. Ah. Jetzt sind wir im Knast. Scheiße. Wie erfahre ich, wie lange ich jetzt drin bleiben muss? In der Mittelkonsole. Ich bin gerade wieder fast runtergefallen. Ich muss echt aufpassen, mit dem zu schnell um die Ecken gehen. Da ist die Mittelkonsole. Oh, ich bin unten. Die Mittelkonsole. Hä? Was mache ich hier? Inmate Information. Juuu. 23 Minuten. Information. Ja, guck. Gar nicht so schlimm. Hä? Nee. Repair 217 habe ich. Oh. Aber das ist gut. Das ist richtig gut. Okay. 21. Ja, du warst ja schon mal im Knast. Du kannst mir erzählen, wo der... Ja, ich muss nur einmal gucken. Wir müssen in die Mine. Erstmal in die Mine. Und dann ist eigentlich... Es ist doch relativ einfach, aber... Eins. So, jetzt müssen wir die Eins. Hier ist die Eins. Oh, ja. Äh. Oh. Warte mal. Bist du da? Ja. Also, ich habe Repair 02 Kiosk. Ja, Route 1. Ach, du. Oh, nee, nee. Dann ist es falsch. Stimmt. 0, 2. Route 1 7? Ja, genau. Ach so. Wir sind jetzt Route... Wir sind... Wir sind in... Wir müssen in Schaft... In Schaft 2. Route 1. Tiefe 11. Schaft 2. Aber woher war es denn, dass das Nummer 2 ist hier? Da war eine große 2 oben drüber. Ja, habe ich nicht hingeguckt. Nee, eigentlich ist das Tiefe 1. Aber das heißt doch, wir sind in Schaft 2. Aber das hätten wir dann doch in das andere gemusst. Wir müssen in die Tiefe 7. Ich muss in die Tiefe 11, aber... Wir müssen in die Tiefe 7. Na. Was ist denn das hier für ein Scheißding? Kann doch was machen. Ah, das ist unwichtig. Ah, wenn ich jetzt hier den Sauerstoff rausnehme, dann hast du keinen mehr. Naja. Brauche ich noch Sauerstoff. Ich brauche doch keinen Sauerstoff. Kann sein, dass du zurück musst. Zurück? Ja, hier ist die 8. Du musst ein Stück. Du musst die Maschine suchen. Aber die kann auch nicht nur in dem Gang sein, oder? Die kann ja auch überall sein jetzt, oder? Also alles, was zu 7 gehört. Ich bin ja jetzt schon in 8 weiter. Aber ich weiß nicht. Ja, die kann wahrscheinlich hier überall in der Gegend sein. Bei dem einen war es... Also bei mir war es in einem Nebengang so irgendwie. Ja, also es muss nicht in dem Gang sein, in dem wir gelaufen sind gerade. Nee, genau. Das kann auch in einem von denen... Das sind ja die ganze Zeit Abzweigungen, die nicht legit sind sozusagen. Ja. Ja, okay. Hier ist keine Maschine. Äh... Also es ist so eine Sauerstoffmaschine, die du suchst. Hier ist kein... Oh, sind wir dann auf der falschen... Nein. Nein. Wir sind falsch. Ganz in der Zeit falsch. Kiosk 02, Route 17. Ich lauf zurück. Wir wurden geschmeckeldorft. Oh, Gott, nein. Das war keine Maschine. Ich wette, ich war einfach nur zu dumm, die Maschine zu finden. Das kann auch sein. Ich will das jetzt nicht ausschließen. Ich warte immer noch darauf, dass ein anderer Dude kommt und mich anpiegst. Neun Minuten noch. Naja, du gehst dahin, wo wir waren, in die Mining-Keller da. Okay. Du baust da Steine ab. Oh, ich hab meine Fäuste rausgeholt. Ich weiß nicht, wie ich sie wieder einpacke. In irgendeinen Stein reinlöten? Ich kann Steine boxen. Ich glaub, das hilft nicht. Ich baue gerade einen Stein ab, glaube ich. Okay. Oh, der ganze Stein glüht. Ja, ich muss es trotzdem fertig. Riecht gleich die Mining zusammen. Ich muss nicht konzentrieren, dass er nicht explodiert. Ah, okay. Ah. Ja, geil. Guck mal hier. Manorate Numerate Deposit. Okay. Riecht to start. Ah, okay. Ich würde 300 Merits für alle bekommen. Jetzt krieg ich null. Hat er die automatisch deposiert? Ah. Keine Ahnung. Ich hab die jetzt deposiert. Ich will... Ich hab noch 57 Sekunden. Ja, jetzt krieg ich Applaus. Jetzt bin ich bei Lifts. Bist du schon mit dem Lift gefahren? Hä? Siehst du mich nicht? Ich steh hier neben dir. Hä? Du bist 642 Meter entfernt. Nein. Bei mir schon. Ich steh neben dir. Wieso siehst du mich nicht mehr? Ich weiß nicht. Du bist 642 Meter entfernt. Ich bin ja im gleichen Lift wie du. Muss ich Surface Level? Schon, oder? Ja. Ja, und dann wird's schwarz und dann spawnen wir wieder auf Cerberus. Ich steh neben dir. Ich seh nicht. Jetzt ist es schwarz geworden. Cerberus. Ich hab das optimale Hydrationslevel. Man tut es nicht trocken. Ja, das ist gut. Das ist schön. Ich bin... Ah, genau. Ich hab noch meine Rüstung an und so. Ich auch. Ja. Okay, nice. Da bist du. Ah. Aber ich seh den Lacken auch nicht mehr. Du hast keinen Text über dir. Du auch nicht. Kann ich F drücken? Warte mal. Ne. Ich kann den Chat auch nicht mehr aufmachen auf F12. Ach, auf F12? Ach, da kann man Chat an- und ausmachen. Ja, kann ich nicht mehr. Ja, das Leben ist hart. Ja, okay. Dann teilen wir uns jetzt diese unglaublich ergiebige Mission. Ja, da kriegen wir jeder bestimmt tausend von. Aber das letzte Mal gab's ja immerhin ein Multitool und sowas eigentlich. Wir hatten nur keine Storage. Wir gucken mal, ob wir was looten können. Vielleicht kriegen wir wieder einen Tag. Ich wollte grad sagen, ich kauf jetzt noch Armor oder so. Und dann dachte ich so, wir gucken erst mal, ob wir ankommen. Ich guck erst mal, ob ich ein Schiff beanspruchen kann. Ja, wir stehen in den Müll mit zur Convention. Das ist eine richtig geile Idee. Ja, das ist eine geniale Idee. Das ist ja auch einfach so eine Mega der noble Planet und so. Wir machen ja jetzt einfach Müll hin. Mit so einem scheiß Müllschiff. Klingt gut. Nix. So. Und jetzt? Wieso hat man den Arm oben? Warte mal, ich muss erst mal wieder das... Hä? Wo muss ich hier hin? Was ist passiert? Ich bediene zwei Joysticks bei mir. Alter, das ist richtig scheiße. Wie soll ich so denn fliegen? Fliegst du einfach trotzdem los? Sag mir doch Bescheid, dann kann ich mich wenigstens hinsetzen. Achso, ja, ich flieg los. Na, warte mal, ich muss erst mal... Oh, wie... Oh, schnell. Ist grad wieder irgendwas schiefgegangen. Es hat nämlich ziemlich laut... Irgendwas hat geknallt. Wir fliegen jetzt einfach weg. Kein Bock drauf. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Wir gehen durch die Frachtluke raus. Oh, man fliegt erst mal... Oh, scheiße. Ich bin richtig auf die Fresse gegangen. Oh, wow. Nicht schlecht. Biss auch so hart auf die Fresse geflogen? Nee, ich bin einfach nur... Wurde ein bisschen zur Seite geworfen. Geh jetzt gerade in das Ding und kann jetzt hier das Fahrrad fahren. Und hier ist eine Flasche Wasser. Die stibitz ich mir. Kann ich mir stibitzen? Die kann ich mir nicht stibitzen. Snagglestick. Aber das ist eigentlich alles nur Essen und ein grauer Hut. Und der graue Hut ist relativ scheiße. Ich schnapp mir jetzt erst mal hier den... Ähm, alter, das ist richtig... Der hat richtig so ein... Radioaktiv... Also so richtig schlechter Müll, glaub ich. Jetzt mal den Müll aufs Fahrrad. Der rennt mit dem Müll ganz schön schnell. Der Müll... Äh... Der macht so Flüssigkeitsgeräusche, wenn ich den schüttel. Will echt den Helm tauschen? Oh, warte mal, dann ziehe ich einfach meinen Helm aus. Ich habe vorne den Kofferraum aufgemacht. Da kannst du was drauflegen. Das siehst du, wenn du zum Schiff gehst. Ah, okay. Ach, jetzt kann ich meinen Andershüt nicht anziehen. Ich fliege so weit mit dem Müll in der Hand. Sieht im Schatten richtig geil aus. Ich bin ein Mülldieb. Also ich habe zwei von drei Mülls geholt. Hast du da Müll? Ja, ich habe meinen Müll. Okay. Diesmal ersticke ich auch nicht. Das ist gut. Das war einer von drei Outposts, ne? Ja, okay. Ich werde mich beeilen. Wir bräuchten echt ein Backpack einfach. Also bei mir liegen die genau nebeneinander. Ach so, bei mir fliegt der eine. Oh. Bei mir liegen die richtig akkurat nebeneinander. Ah, okay. Oh, äh. Das war ja schon mal fast was. Hallo? Ja, ich höre dich. Okay. Was passiert? Ich will Place machen. Place. Ja. Ist der platziert? Platzieren. Äh. Warte mal. So müsste der platziert sein, oder? Können wir eine schöne Ebene? Ist das schön? Ja, das ist super. Ist das schön platziert? Okay. Oho. Kann ich damit einsteigen? Hier sind schon wieder Hammer so ne komischen Spuren, als wäre hier sonst was durchgeschliffen. Ja, sei vorsichtig hier vorne. Wir machen hier, wir setzen jetzt gleich zum hier Hyperdrive an. Ja. Oh, das ist richtig schnell geworden. Ja, wir schuben jetzt. Wir sind ja schnell. Dieser planet ist ganz schön gelb. Ja. Das ist richtig gelb. Das ist ein komisches Hühnerei. Alter, da muss ich echt so die Außenansicht, Alter, der ist richtig in so einer Hülle aus Arsch. Das, die haben ja keine richtige, da müssen wir ein bisschen wild landen hier. Oh, ernsthaft? Oh, das ist Freestyle. Die haben ja kein Landingpad für so ne dicke Kartoffel. Oh. 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 Hier sieht es doch schön glatt aus. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen bergsteigen, so wie es aussieht. Ja, das stimmt. Das ist relativ weit, ne? Aber ist dann so. Nutzig, ich kann nicht. Also es muss wenigstens ein bisschen. Das sind wahrscheinlich aber auch nur zwei Boxen. Dude, kommt. Geil. Du bist fast geschmolzen da. Oh. Es ist warm hier. Ja. Alter, es ist richtig warm. Wir müssen schnell werden, sonst verrecken wir. Oh. Scheiße. Einer muss zweimal laufen. Ah, ich kann nicht mehr in den Airlock. So, jetzt. Reitest du das Fahrrad? Ja. Oh ja, ich greite das Fahrrad. 34, 20, ja. Ich habe gerade, ich habe das Paket geworfen. Scheiße. Ist es jetzt weg? Ich bin, ne, es ist aber hier mit der, wegen der Gravitation war es gerade. Ich bin einfach gesprungen und auf einmal hat er wie beim Basketball das Paket im Sprung richtig weit geschleudert. Das war wild. So, das kommt da hin. Ich fliege richtig hoch. Naja. Kann man das also gut werfen? War das sinnvoll, das heißt, Basis-Gewaldspieler zu werfen? Nein, also haben wir weit geflogen und ich hatte Angst, dass es ganz weg fliegt. Ja, ich dachte, ich dachte doch, dass es richtig weit in Richtung Schiff fliegt. Ich soll nicht experimentieren, oder? Ja, du kannst es versuchen, was sollst du. Hast du da jetzt auf mich gewartet? Wo auf dich gewartet? Das sieht so aus, als wärst du noch gar nicht weit gelaufen. Hä? Ich kann nicht rennen. Wieso kannst du rennen? Hä? Wieso kannst du rennen? Ich renne gar nicht. Ich laufe ganz normal. Wieso kann ich auch rennen? Ich gehe halt nicht. Ich wusste nicht, dass man rennen kann. Ja, das sieht gut aus. Äh, Quanten. Requesting Combat Essence in Deep Space für 20.000. Ich glaube, das machen wir nicht. Sieht doch gut aus. Wir machen jetzt noch ein bisschen. Ja, wir müssen einen kleinen Drift machen. Ah ja, okay. Das war alles geplant. Ja. Manchmal muss man einfach einen intergalaktischen Drift machen. Was macht ein Juggernaut? Ein Juggernaut. Das hast du richtig erkannt. Alter, was ist da da los? Die doodeln hier einfach einen Fußboden rein. Wie machst du das, dass du mit denen laufen kannst normal? Ich weiß nicht. Weil es geht bei mir wieder nicht. Ich kann mit denen... Ich mache gar nichts. Ich drücke auf den Controller einfach den Stick nach vorne. Und dann laufe ich halt. So wie immer. Bei mir wird der richtig langsam. Das war doch bei dir vorher auch so, dass der richtig lahmarschig wird, wenn er was trägt. Eigentlich schon, aber das geht unproblematisch. Und du hast das irgendwie weggekriegt. Ich kann sneaken. Sneaken ist schneller. Ich habe gar nichts gemacht. Also ich habe wirklich gar nichts gemacht. Ich benutze einfach den scheiß Controller. Hast du das gedroppt? Vielleicht hilft das, wenn man das droppt. Ich habe ein neues Outfit. Du wirst begeistert sein. Das machen wir. Wieso kannst du mit dem scheiß Müll rennen? Das ist so unfair. Ich drücke an. Ich meine, du kannst jetzt auch genauso gut den anderen holen, weil es lohnt sich einfach nicht. Warum haben wir jetzt eigentlich schon wieder alle Klappen offen hier? Das weiß ich nicht. Warum liegt der Müll hier so scheiße? Oh, da ist gerade ein Fahrrad im Gange. Ja. Warte mal, das kann ich rauswerfen. Das kann ich auch rauswerfen. Ich habe mir deinen Helm jetzt geschnappt. Was? Ich habe den jetzt. Ich schnappe mir jetzt erstmal den Müll. Alter, es sieht so geil aus alles irgendwie. Ich bin immer wieder erstaunt, wie geil alles aussieht einfach. Ja, wenn man eine gute Grafikkarte hatte. Ja, das ist echt irgendwie so ein... Wie heißt das noch? Wenn du auf dem Desktop so ein Bild hast... Unferrascht heißt... Was? Wo bin ich reingegangen? Wieso ist denn da die Luke auf? Also, da bin ich rausgegangen. Ja, gut, dann machen wir die Luke hier gleich so. Das muss man anrüsseln, aber das ist mir auch ein bisschen zu suspekt. Auch das wieder, das sieht einfach geil aus. Weißt du, was mich richtig nervt? Die Puddingluke, wo jetzt der ganze Müll drin ist. Weißt du, vorne am Schiff. Ja. Die ist ja so weiß. Eigentlich ist das Schiff ja weiß. Und dieser Skin ist ja extra. Ja. Und eigentlich muss die Puddingluke auch silber sein. Und manchmal ist das ein Glitch und dann ist die weiß. Und manchmal ist die auch silber. Aber wenn die weiß ist, sieht das aus, als sehe ich da beim Einpacken mich nicht konzentriert und das wäre ein unlackiertes Ersatzteil irgendwie. Das geht mir ein bisschen auf die Eier. Du musst mal einen Beschwerdebrief schreiben. Meinst du, der Bengel ist jetzt da? Oh ja. Ich hatte gerade wieder diesen Moment, wo man sich erinnert, dass man Beine hat. Oh, das ist schlecht. Manchmal ist das schlecht. Okay, wir fliegen jetzt gleich ziemlich nah an diesen Bengel ran. Moment, ist da ein Bengel? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist da direkt vor uns sozusagen. Da zeigt jetzt genau die Nase drauf. Ist doch dieser Ausleger von so einem Stickding. Ja. Und da unten ist es ein Schiff dran. Das sieht aus wie ein Bengel fast. Weißt du, das ist der Bengel? So episch wie die Musik gerade wird, das ist bestimmt ein Bengel. Nein. Landing Service, den kontaktiert schon. Obwohl, der Bengel war so rund vorne, oder? Also das war so ein... Ich meine, der sieht jetzt richtig aus wie ein Penis, aber... Das ist kein Bengel, glaube ich. Nee. Das ist kein Bengel. Warte, es wird jetzt ein richtig wildes Manöver, was ich hier mache. Guckt ihr es mal an. Oha, ja. Jetzt müssen wir einen intergalaktischen Drift machen. Welche Ansicht mache ich das denn am besten? So ein bisschen hier rüber. Wir müssen ein bisschen nach oben. Don't love a dude. Oh, das ist ein Mensch. Ja. Wir fliegen gleich den Dude hier. So. Jetzt ein bisschen rüber noch hier. Mit der Fresse ist das ungefähr. Nee, sind mehr... Ach nee, das ist ein... Ah, das sind Security Dudes. Alter. Wie froh ich immer bin, hier gelandet zu sein dann. Erstmal nehmen wir den Müll einfach vom Schiff weg, möglichst schnell. Bevor das Schiff eingeladert werden muss. Wer hat noch nicht, wer will nochmal. Wer hat noch nicht, wer will nochmal. Jetzt bringen wir ihn erstmal vor den Lifting. Wieso kannst du rennen? Das ist unfair. Hast du mal gekocht, ob du irgendwie mit dem Mauswheel deine Geschwindigkeit einstellen kannst oder so ein Quatsch? Ernsthaft jetzt? Man kann seine Renngeschwindigkeit mit dem scheiß Mauswheel? Ich hab gesagt, hast du mal geguckt? Nee, kann man tatsächlich? Du hast recht. Das war ein scheiß... Aber wie kann das sein? Das war ein scheiß Witz, weil es beim Schiff geht noch nicht in den Aufzug. Achso, hier vorne. Ja, aber ich glaub, die Aufzüge... Also, was da drin ist, ist nicht permanent. Dieses Spiel ist behindert. Wir gucken, ob der Bengel da ist. Gehen da mal mit dem Müll hin. Wir können... Ich kann kriechen mit dem Müll? Das geht. Also nicht richtig kriechen. Achso, ich dachte dann. Oh, jetzt muss man... Call Elevator ohne... Jo. Gute Umschüttung. Ist auch gut, dass wir diesmal Müll haben mit so einem Hazard-Symbol. Ja, das ist irgendwie viel geiler. Der Flyby ist jetzt gerade. Was? Vom Bengel? Der Bengel-Flyby. Wo das denn? Steht im Process. Ich weiß nicht, der ist hier draußen irgendwo. Keine Ahnung. Oder wir haben den schon verpasst. Ist das der Bengel? Da fliegt was Dickes. Wo fliegt was Dickes? Hier. Was richtig Dickes. Nee. Oder? Es ist richtig groß und es fliegt. Ah nee, da sind mehrere davon. Das ist kein Bengel. Ich weiß nicht, das ist ein Stück von der Stadt. Oh, der Leck. Ja, bei mir ist das nur so ein bisschen komisch. Es geht. Ich hab mich mittlerweile... Weißt du, an was für FPS-Zahlen ich mich gewöhnt habe? Ich bin... Ach so, 10 FPS? Oh ja, alles gut. Echt? Nee, in jedem anderen Spiel so... Oh Gott, wie ist es denn das mit dem Leck? Combat Assistance. Ich würde es ja mal gerne annehmen, aber es sind ja so Leute, die haben sich ja schon irgendwie auf so einen Kampf eingelassen. Also die haben das ja schon ernst gemeint, so mit Ausrüstung und die haben halt gekämpft und dann schaffen die es nicht und fordern Hilfe an. So, was sollen wir denn da machen? Weißt du? Ja. Uns fallen nur wieder die Trompeten ab und dann sind wir tot. Aber blau und gelb ist schön. Ah. Den schütteln wir jetzt mal in Pakete vor hier. Leider kann ich den Chat nicht mehr aufmachen irgendwie. Du kannst sehen, falls einer reagiert, oder? Der ist gerade hier ausgezogen. Der holt sich erstmal einen Whammer. Ah, wir können auch was zu trinken. Ach nee, wir können nichts trinken. Wir müssen jetzt damit leben, wie... Ja. Der wird der Dude ertrocken. Wo bist du? Ich kriege hier diesen anderen Dude. Achso, hier ist ein anderer Dude? Ja, hier noch bei den... Wo bist du? Du wirst mir nicht angezeigt, ob der mehr... Ach, da. Der in der Mitte stand noch ein anderer Dude. Da ist er. Das ist auch ein richtiger Dude. Echt? Ja, der in der Mitte da. Der macht doch gerade seine Rüstung fertig. Ah. Ich glaube, wenn wir auf sein Schiff gehen, dann fliegt er uns hier aus der Sicherheitszone und dann erschießt er uns einfach. Das könnte passieren. Oh, der Auszüge schlecht. Der ist da drin. Ja, ist die Frage, können wir da... Nein, 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 komm, wir fliegen erst mal in den Shuttle. Jetzt ist er gut. Jetzt ist er gut. Ah! Das war echt rude. Der will nicht, dass wir mitkommen. Das ist zu klein. Wir können ja nicht mitfliegen. Das ist ein Sitzer? Ne, zwei Sitzer, aber... Dann können wir den Müll nicht mit reinnehmen. Der hat aber Glück gehabt. Cooles Schiff. Alter, der Chor dröhnt mir hier gerade richtig einen rein. Ich hoffe, er ist auf der Aufnahme nicht so scheiße später. Na doch. Ah, es ist buggy. Warte, ich kann mir das nochmal zeigen. Achso. Das ist ein Aufzug jetzt schon schlecht. Ah, das ist echt ein richtig schlechtes Zeichen. Der ist richtig schlecht, der Aufzug. Oh, er war gerade weiß. Soll ich ihn mal rufen? Ne, lass den anderen Aufzug nehmen, der ist gruselig. Aber man muss ja nochmal was ausprobieren. Du hast heute schon Dampf aus dem Fußboden. Lass ihn in Ruhe. Der Müll glänzt so schön. Ich finde, Hatch hört sich irgendwie unanständig an. Ja. Weiß nicht. Wir sind da, mit Müll. Oh ja. Aber die haben sich anscheinend ja auch echt Mühe gegeben mit dem Müll. Das stimmt, der sieht echt nice aus, der macht komische Geräusche. Scheiße. Du kannst ihn aufheben, schnell heben ihn auf! Ist weg! Ich hab den Müll noch. Ich hätte nicht F1 drücken sollen. Ne. Wo kann man Crime Stat nachgucken? Weil das wäre das, was mich eigentlich interessiert hat. Ah, ne, dann haben wir... Ah, wir haben keinen. Ah. Der Captain ist ganz schön groß. Ja, das stimmt. Der ist richtig groß. Naja, jetzt kann ich wieder kriechen. Was? Oh ja. Der Bengel ist fertig. Der Bengel? Der Bengel, der ist fertig. Ah. Nice. Gehen wir mal diese fette Marmorrampe hoch. Ja. Was hier drin ist ein Bengel? Oh, hier sind echt große Schiffe. Ja, das wird für deine FPS sicherlich was zum Genießen sein, oder? Ja, so 10 bis 5 halt, ne? Normal. Ah, hier hab ich sogar ganze 8. Hier sind richtig viele Dudes drin. Ich hab meinen Müll noch. Oh ja. Ich würd gerne nach oben fahren eigentlich, aber ich weiß nicht. Ich seh keinen Knopf. Da muss ein Knopper sein. Warte, warte, warte. Bist du drauf? Bin drauf. Tschüss. Wie hast du das gemacht? Ja, sind die Dudes da auch drin? Ja. Oh, die leuchten auf einmal. Die Dudes? Die haben alle ihre leuchtende Armbanduhr rausgeholt. Scheiße, das verpasse ich jetzt. Ja, die kommen da jetzt gerade raus. Was ist das denn für ein Ding? Das will ich in meinem Schiff. Kann ich das in meinem Schiff haben? Was macht das? Will ich sehen, wovon du redest. Ich muss wieder runter. Das sieht von all diesen Teilen am geilsten aus. Wie krieg ich das in meinem Schiff? Und was ist es und was macht es? Oh, was bin ich? Ah, ich bin in der Kanone. Okay. Das sieht einfach geil aus. Ja. Das sieht auch geil aus. Ah, oh, oh, oh. Oh Gott. Das hört sich gut an. Das Ding hat es mir irgendwie angetan hier. Ah, ich bin gefangen. Ich bin gefangen. Wie hast du da? Wie schaust du so? Du musst mir helfen. Du musst mir helfen. Wie denn? Wo bist du denn? Was ist passiert? Hast du schon versucht zu kriechen? Kann ich kriechen. Du kannst nicht kriechen? Der ist im Arsch. Kannst du nicht hier rauskriechen? Kann ich springen? Ja. War noch mal der Kriechknopf? Eigentlich X oder so, ne? Guck mal, ich kann nämlich einfach reingehen, wo du bist. Und auch wieder rausgehen. Jetzt? Du hast sie weggeschoben. Sehr gut. Kannst du jetzt rausgehen? Ich bin raus. Wo bist du jetzt? Ah ja, nice. Willst du jetzt sehen, was ich da so geil finde? Oh ja. Komponenten. Hier, das mit den Rohren dran. Das hier. Ist das nicht geil irgendwie? Das sieht doch geil aus, oder? Mhm. Ich finde das schockt. Und dann? Guck dir das hier an. Mit diesem Gelee drin. Ah. Das ist auch brutal. Und was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Ah, das schockt dir irgendwie. Was ist das denn für ein Apparello? Ja, das sieht aus wie ein Kran oder sowas. Ja, ich glaube, das ist auch so. Ah, da können hinten viele Dudes rein. Oha. Hm. Dann kann man die einfach abkoppeln, wenn die nerven. Ja, genau. Da unten ist noch ein Müllfach. Das ist ein Kriechraum. Ja, das ist ein Kriechraum. Da kann man Beifahrern. Also ich würde da drin mitfahren, aber... Man kann den Müll sogar hier überall hier drin stacken, wenn man will. Ja, das ist gemütlich hier. Bleib. Also muss ich jetzt auch noch eine 125 A kaufen, damit du da in diesem Raum kriechen kannst? Ja. Ja, okay. Da kriegt man gerade eine Vorstellung. Das gefällt ihm. Er hat sich verbeugt. Also machen wir einen langen Schuh. Ich glaube, hier bei der Convention haben wir alles gesehen. Ja, ich musste drüber nachdenken, was das bedeutet, was du gesagt hast. Ich bin auch noch nicht zu einer Lösung gekommen. Es ist ein Spruch, den ich nicht kenne, vermutlich. Einen langen Schuh? Ja, also wir machen hier einen Abgang. Ja. Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Ich will auch nicht ausschließen, dass ich mir das irgendwann mal ausgedacht habe. Ich habe das Gefühl, das habe ich mir nicht ausgedacht. Oh scheiße, mein Dud ist fast trocken. Was machen wir jetzt? Ich muss den Müll schnell hochheben, wenn du ihn... Das ist egal. Ich reize das aus bis zum Schluss. Ich bin auch 49... Bist du trocken umkippst? Ja. Ich bin auch 49% auf dich. Die NPCs sind hier manchmal... Also die machen ja echt komische Sachen. Ja, das stimmt. Alter, der hat ein animiertes Big Benys T-Shirt. Ja, das habe ich schon gesehen. Will ich auch. Drei, zwei, eins. Ich steige wieder aus. Oh, nee, nee, nee. Wieso drei, zwei, eins? Der läuft ein Hammer. Der fliegt weg. Ich war jetzt richtig kurz davor, einfach trotzdem rüber zu springen. Das hätte noch geklappt, glaube ich. Nein, nein, nein. Dieser Helm hing hier einfach rum. Ich weiß nicht. Hä, du hast ihn hier bei der Convention geklaut? Der lag da einfach rum. Noch mal den Müll durchschütteln? Früher oder später enden wir sowieso wieder an einem Feuerball. Oh, das ist richtig schwer. Aber wenn du es nicht eingelagert hast, könnte man nicht einfach wieder zu dem... Oh, das war fatal. Es geht nicht anders. Ich musste das öffnen. Ich musste an deinem Schiff. Ja, klar. Wenn du mich damit getröstet hast, dass wir jederzeit wieder neu... ...meinen Müll holen können. Ja, ich glaube, ich habe damit ewig selbst getröstet. Ja, das stimmt. Aber noch nicht starten. Ich will sitzen. Ich muss sowieso erstmal... Der Dude muss erstmal hydriert werden hier. Ja, stimmt. Kannst du ja versuchen, mit diesem Schiff ein Bengel zu rammen. Ja, okay. Ja, bleib mir die Scheiße. Hast du gerade der Frontscheibe einen Klaps gegeben? Ich weiß nicht, was passiert. Meine Kamera dreht durch. Ja, jetzt kannst du das pilotieren. Ich setz mich vorsichtshaber mal hin. Also, der Bengel, siehst du, der Bengel ist hier bei Microtech. M-I-C-L-1. Das ist der äußerste Ring. Ja. Aber da will ich nicht hin. Okay. Irgendwas hat gerade gezischt und so Funken geworfen. Ja, 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 da ist dein Sitz irgendwie. Du furzt Feuer, würde ich sagen. Das passiert jetzt alle paar Sekunden mal so. Ah, okay. Sind wir schon da? Ja, wir sind schon da. Du kannst aussteigen. Geil. Und das ist kein Bengel? Nee. Wir fliegen nach H-U-R-L-5. Ich habe es ausgewählt, weil das aussieht, als würde da Hurls stehen. Und Hurls ist so wie Kotzen. Das ist ungefähr so wie Ralfen. Ja, genau. Du Ralf, ist ja auch Kotzen. Echt? Ja, Ralfen ist wirklich Kotzen. Ah. Ja. Ich kenne nur Rolfen. Rolfen ist aus dem Trichtersaufen. Ja. Erst Rolfen, dann Ralfen. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich was wird, ob ich mir schon wieder Blödsinn erzähle. Ja, ich habe, also ich weiß nicht. Ich habe eine Forderung, wenn uns jemand auf den Sack gehen will. Ja. Dann fasst du eh. Oh, das sieht ja wild aus hier. Oh, ja. Ha. Wieso ist das rot? Ich weiß nicht, was da hinten ist. Es kann gut sein, dass man hier nicht sein soll, weil das ist rot. Also, das ist irgendwie... Ich weiß nicht, was das für ein Scheiß ist hier. Ach nee, jetzt ist es nicht mehr rot. Ah, okay. Doch, in der Mitte ist weiß, da ist in der Station und links und rechts sind diese rote Begrenzungslichter irgendwie. Oh, falscher Knopf. Ja, irgendwie ziehen wir da schon so eine Geschwindigkeitslinien, oder? Geschwindigkeitslinien? Keine Ahnung, haben wir gerade. Ja. Was ist dein Plan? Willst du da andocken? Ja. Wir gucken, was da ist. Ich kriege mal da eine Pistole. Na, das ist möglich. Hier ist auf jeden Fall eine Menge Leuchtreklame. Die Nudelbar ist Nudelbar. Ist erst mal ein Hotdog, ja. Hier ist sogar ein Doppelhotdog, den nehme ich. Kannst du das essen? Ja. Oh, scheiße. Ah nee, ich habe noch einen Helm auf. Der kommt weg. Hast du schon einfach mal im Vorhinein die Ja gesagt. Ja, weil er mir angezeigt wird. Ich habe einen vegetarischen Hotdog gekauft. Echt, oder? Der hat den gegessen. Er kann auch bei mir nichts mehr trinken. Ich kann auf Carry gehen. Weißt du was? Ich kaufe noch einen Hotdog. Aber den esse ich nicht. Ich will hier nur die ganze Zeit mit so einem Doppelbesschen rumlaufen. Ja, besser einen Hotdog auf der Hand, da ist ein Spatz auf dem Dach oder so. Ah ja, so geht das. So. Jetzt gibt es einen Hotdog. Geht immer noch nicht. Bin so nah dran. Schnappt er einen neuen Hotdog? Ich habe mir schon... Das ist schon der neue Hotdog. Ah, ich habe dir noch einen Hotdog. Ah, okay. Hast du genug Geld für einen Hotdog? Kein Hotdog aufschütteln. Ah. Ich stelle heute mit dem Hotdog genau an. Der hat das Wiener-Würschen hier echt stramm anliegen. Ich kann den... Alter, das ist richtig witzig, wenn ich auf Inspect drücke. Hält er sich den Hotdog vor Augen? Ja. Oh. Laggy. Laggy. Na ja, erstmal machen wir mal ein bisschen Abstand. Das ist alles... Oh, oh, oh. Ich bin mit dem Hotdog aufs Maul geflogen, aber ich habe den noch in der Hand. Ach so, ich dachte gerade, ich wäre irgendwo gegengeflogen. Classic Dog. Kerry. Er hat sich den aus dem Arsch gezogen. Guck mal, ich den inspiziere. Siehst du das? Ja. Also, der guckt den halt sehr intensiv an. Der hat den hochgehoben und sehr intensiv angeguckt. Also, ich kann den auch richtig bewegen jetzt, um ihn richtig genau angucken. Das wäre richtig witzig. Guck mal, und er einfach so... Wir müssen auf das Schiff von jemandem... Das ist unser dritter Mann an der Turret. Ups. Siehst du das? Er will kämpfen. You wanna mess with me? Der hat Funken geschlagen. Kann ich den Hotdog boxen? Besteht da jetzt? Ja. Das kann auch unser zweiter Co-Pilot übernehmen und erster Offizier. Das ist Major Hotdog. Sollen wir mal gucken, ob ich das machen kann? Ja. Wir müssen ab jetzt immer einen Hotdog mit auf die Reise nehmen. Das wird unser Glücksbringer. Ja. So, jetzt müssen wir da hinten hin. Nicht gucken, was ich vorhabe. Okay. Nicht auf die Karte gucken, sonst die Überraschung hin. Ach so, auf die Karte gucke ich nicht. Aber ich darf rausgucken. Ja. Aber ich bin hingefallen. Dabei bin ich nicht mal gekrochen. Das ist enttäuschend. Na, ich bin schon wieder gefallen. Guck mal, da oben. Wie ist das da oben? Da ist irgendwas. Ja. Das ist der Bengel. Warte mal, was? Das ist das, das ist der Bengel. Und da hämmern wir jetzt, da hämmern wir jetzt rein. Ich liege. Wir sind eben Bengel reingehämmert. Ein passender Abschluss. Hast du das echt nicht gesehen? Das ging auch ganz schnell jetzt. Ja.